Musik So, da sind wir wieder bei Let's Play Limbo Mir wurde als Tipp gegeben, dass ich irgendwie langsam da durch soll Also immer gehen, stehen bleiben Ob das so gehen kann? Mal gucken Äh, ich hasse sowas Ich hab sowas schon immer gehasst und ich werd sowas immer hassen Wer Banyo Tui kennt Ich weiß nicht, ob ich bei Kazooie das auch weiß ich nicht Wer Banyo Tui kennt, der wird wissen, was ich meine mit Ich hasse sowas Es wird bestimmt einige geben, die das kennen Ja, na toll Na, ganz toll Macht das Spaß Sich anzuschleichen Ich hasse es Ich hasse es Aber ich was weiß nicht ав ist, das ist doch Ah, Futsch ausgerissen. So, das hätten wir jetzt aber. Oh Gott. Mal gucken, was haben wir hier? Ein Hebel. Es muss nicht jeder betätigt werden. Könnte das Achievement hier sein. Oh je. Was haben wir hier oben? Einfach mal nachgucken. Ich hab keine Ahnung. Was passiert wenn ich? Oh weia. Das wird doch nie was. Ach, ist das lustig. Schieben. Wenn's drauf ist, ziehen. Und jetzt das. Und... Was ich damit jetzt machen muss, mal sehen. Was ist das? Was ist das? Wie ist das? Das ist das. Was ist das? Was ist das? Ich hab's kaputt gemacht. Hohoho. Weil ich die Kiste ja brauche. Um weiterzukommen. So. Das hätten wir jetzt auch. Und ich zieh den Hebel erstmal nicht. Ich möchte gucken, wo das ist schief mit dir sein könnte. Ähm. Besteigung des Getriebes. Hm. Ob das andere genau auch hier ist, ist die zweite Frage. Aber was ich mit der Kiste machen muss, ist noch eine viel interessantere Frage. So. Mal sehen. Wow. Wow. Habe ich wieder eine Sheep-Mit mehr Wow Und ich weiß, dass ihr schon eins Über den habt, eine Sheep-Mit Weil ich habe einfach mal nachgeguckt In welchem Chap da Schon welche waren Und in irgendeinem war nämlich schon etwas Ähm Aber egal Das kann ich euch nachliefern, wenn ihr wollt Oder Ich hol's einfach privat Weil ich muss ja selber noch suchen Achso, die Kiste muss Hä? Jetzt bin ich Verwirrt Ach, nein, ist klar Ich muss die andere Kiste auch noch mitnehmen Das ist ganz logisch Und Zack Rüber da Und Rüber da Und Heps Und Und Ha Und Hi und ho Und Ach, ist mir auch rain So klappt es nicht Aber auf jeden Fall Muss diese Kiste mit da drauf Ah, ich glaube Festhalten war eine gute Idee So, jetzt kommt sie auch hier unten an Ich frage mich, was mit dem Ei passiert wäre Es wäre glaube ich Den Tod gefallen oder was Ich weiß es nicht Wenn ich das nämlich nicht eingesammelt hätte Wenn ich das nämlich nicht eingesammelt hätte Okay, das ist unter Strom Ach, du Heilige Achso, das geht immer hin und her Oder auch nicht Wie soll Ey, so schnell kann ich doch nicht rennen Ah Also da ist immer Strom drauf, aber Hmm Daaaaahhh Ehm... Was ist das? Wow! Autsch! Was ist der Trick bei der Sache, würd ich grad sagen, also... Und... Warum schwingtest du denn hier? Oh... Laufen, 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 laufen! Ey, warum, wie hab ich denn das grad eben festgehalten? Oh... Ja, das ist jetzt echt ne interessante Tatsache, aber... Ah, ich schwing einfach mal! Hin... ...und her... ...und hin... ...und her... ...und vielleicht penaltiere ich ja... ...so ein, dass ich... ...das schaffen... ...könn... ...te... ...und hin... ...und her... ...und... ...hin... ...und... ...her... ...und... ...abschwung! ...und her... ...nein! ... ...das ich aber auch von der richtigen Seite... ...so... ...und her... ...aber ich glaub das ist schon... ...die richtige Idee... ...um da... ...randzukommen... ...und... ...und her... ...und... Oh yeah. Ähm Oh, ein Millimeter Ich hasse die Stelle Ähm Mann Yes, soo Kann ja nicht so, konnte ja nicht so schwer sein Ähm Und was passiert jetzt? Ah Okay Okay Ouch Oh, je Lauf Forest Oh Gott Was ist das hier? Ah Kapitel Hm, genau davor noch Hm, gut Das Kapitel schließen wir noch ab Okay Okay So So Der Magnet ist an Gut, das hätten wir auch geschafft Ich muss erst mal verstehen Wo ich hier weiter muss Was muss ich überhaupt machen Und was bewirkt dieser Hebel Ach du Heiliger Oh je Oh je Ah Ah Ach Das steht doch noch unter Sch Oh 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 Nein Da ist noch kein Kapitel Hm, okay Ach Dann macht das Spaß Ah Verdammt Verdammt Lass mich noch drauf Lass mich noch drauf Scheiße 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 Ach Töte mich Töte mich Man sollte auch schon an sowas denken Oh God Wird ein heiteres Unterfang Wird ein heiteres Unterfang Oh je Und wir rutschen bis Wo sind wir denn hier? Ähm Ah Wir sind Kapitel weiter gut Also Bis zum nächsten Mal Ich bin dein Kane Diana Jones